Bald ist es soweit, Fortnite Kapitel 2 Season 2 startet mit neuen Map-Veränderungen, einem neuen Trailer und neuen Skins. Die ersten Informationen und Leaks zur Fortnite Season 2 gibt es in diesem Video. Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu dem ersten Fortnite Kapitel 2 Season 2 Video hier auf meinem Kanal. Vor einiger Zeit haben wir Fortnite Kapitel 2 Season 1 erhalten und nun startet schon bald die Fortnite Season 2. Aber bevor wir jetzt mit der Season 2 und den ersten Informationen und Leaks starten, möchte ich euch erstmal was zurückgeben für den krassen Support momentan. Ich verlose an dieser Stelle jetzt 1000 V-Bucks unter allen meinen Abonnenten. Und wenn du diese 1000 Abonnenten jetzt gewinnen möchtest, lasse einen Like auf diesem Video da, abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke und schreibe mir jetzt Hashtag Season 2 in die Kommentare. Der Gewinner wird im nächsten oder übernächsten Video bekannt gegeben, also solltest du auf jeden Fall das nächste oder übernächste Video auch anschauen, damit du weißt, ob du gewonnen hast und nun wünsche ich dir viel Glück bei diesem Gewinnspiel. Und wenn du Lust hast, meine Gewinnspiele zu unterstützen, dann trage doch jetzt gerne auch meinen Creator Code bei Reapers YC in deinen Fortnite Shop ein. Würde mich wirklich mega freuen und unterstützen, dann kann ich mehr Gewinnspiele machen und euch mehr zurückgeben. Nun ist aber auch schon los mit der neuen Fortnite Season 2. In ein paar Tagen bricht der Dezember an und damit erwartet uns wieder eine wunderschöne Weihnachtszeit und das natürlich auch wieder in Fortnite. Insgesamt hatten wir jetzt schon zwei Weihnachtszeiten in ganz Fortnite und die waren immer mega, mega schön. Wir haben coole Veränderungen erhalten und diese werden wir natürlich auch dieses Jahr wieder erhalten. Uns erwartet vermutlich nämlich eine Weihnachtsmap-Veränderung, neue Weihnachtsskins und natürlich auch der legendäre Schneegranatenwerfer. Wer ihn noch kennt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Fortnite hat auch schon das neue 14 Tage Fortnite Event angekündigt in einem Post auf der offiziellen Epic Games Seite. Und somit können wir uns auf mindestens 14 kostenlose Belohnungen freuen zum Freischalten für uns. Zudem haben sie eben auch geschrieben, dass wir dieses Jahr noch mehr Inhalte erhalten werden wie letztes Jahr bei 14 Tage Fortnite. Deshalb könnte ich mir eben auch vorstellen, dass wir mehr kostenlose Sachen erhalten werden und nicht eben nur diese 14, die wir letztes Jahr hatten. Letztes Jahr war es ja eben so, dass wir 14 Tage lang jeden Tag ein kostenloses Geschenk erhalten haben. Und so wird es halt eben dann dieses Jahr auch sein, nur halt eben mit mehr Belohnungen. Neben dem 14 Tage Event sollen wir auch noch neue Spielfunktionen und ein Live-Event erhalten. Das haben sie eben auch noch in diesem Blogpost geschrieben. Und welche Spielfunktionen genau wir erhalten werden, weiß ich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall so eine kleine Vorstellung zum Live-Event. Denn ich könnte mir in etwa vorstellen, wie das Live-Event aussehen wird. Es wird auf jeden Fall in dem Dezember passieren, das haben sie ja quasi damit bestätigt. Und wenn dann noch irgendwelche Leaks oder so in den Spieldateien auftauchen sollten mit irgendeinem Update, dann werde ich dazu auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Wer wissen möchte, was meine Vorstellungen sind zu dem Live-Event, der sollte mein Star Wars-Video anschauen. FortniteX Star Wars habe ich gestern hochgeladen, ne vorgestern, also checkt das auf jeden Fall aus. Da habe ich gesagt, was meine Vorstellung zum Live-Event ist. Nun aber zur neuen Fortnite Season 2. Denn die eigentliche Information von dem Post auf der Epic Games Seite ist, dass die Fortnite Season 1 leider verlängert wird. Und somit die Fortnite Season 2 verschoben wird auf Anfang Februar im nächsten Jahr. Bedeutet also, die Fortnite Season 2 wird leider nicht mehr dieses Jahr starten, wie eigentlich geplant. Sondern halt eben erst nächstes Jahr, Anfang Februar. Ich finde es wirklich schade, dass wir uns jetzt noch so lange gedulden müssen. Da das ja wirklich schon eine lange Zeit jetzt ist, die wir noch warten müssen. Das sind ja mehr als zwei Monate bis zur neuen Fortnite Season. Aber dennoch finde ich es cool, dass Epic Games das jetzt so locker quasi direkt gesagt hat. Und dass wir euch jetzt quasi direkt schon Bescheid wissen, dass die Fortnite Season 2 auf jeden Fall später starten wird. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn die Season 2 wieder über die Weihnachtszeit stattgefunden hätte. Also quasi jetzt gestartet wäre. Denn die andere Season 2 aus Kapitel 1 war auch über die Weihnachtszeit. Und somit hätte das irgendwie ganz cool gepasst, wie ich finde. Nun kommen wir aber zu den ersten Leaks für die Weihnachtszeit von Fortnite. Denn der Leaker Hypex, den ich ja auch immer hier schon im Video irgendwie bekannt gegeben hatte, hat mit dem letzten Update neue interessante Spieldateien gefunden. Und zwar wurde nämlich eine Datei mit dem Namen Icebox hinzugefügt, die er gefunden hat. Und darin befinden sich noch weitere Dateien. Und zwar Snowball, Minishields, Big Shield, Chiller Grenades, Resource, Snowball Launcher und Snowman. Diese Dateien wurden in den Spieldateien gefunden. Und was genau diese Spieldateien bedeuten, ist natürlich noch nicht so ganz klar. Das hat noch niemand so wirklich herausgefunden. Aber man kann sich natürlich so ein bisschen was darunter vorstellen. Snowball bedeutet eventuell, dass wir einfach einen neuen Schneeball erhalten werden zum Werfen. Also dass man quasi Mitspieler abwerfen kann. Minishields könnte ein neues Weihnachtsdesign eventuell für unsere kleinen Schilde sein. Also könnte ich mir einfach so vorstellen, dass wir so quasi so ein Weihnachtsdesign irgendwie erhalten werden. Wie genau das aussehen soll, keine Ahnung. Aber ist jetzt einfach mal so meine Vermutung. Genauso natürlich auch bei den Big Shield. Da könnte ich mir auch eben ein Weihnachtsdesign vorstellen, quasi für die großen Schilde. Bei Chiller Grenades werden wir wahrscheinlich auch eben ein weihnachtliches Design erhalten für die Granaten. Hatten wir so glaube ich auch noch nicht. Deshalb finde ich das auf jeden Fall ganz cool. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie so ähnlich aussehen werden, wie die damalige Boogie Bomb. Die wir damals auch in Fortnite Season 2 erhalten haben. Nur OG-Spieler kennen die alte Boogie Bomb. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr ein OG-Spieler seid und die Boogie Bomb noch kennt. Der Snowball Launcher wird auf jeden Fall, denke ich, der Schneeball-Granatenwerfer sein, den wir jedes Jahr zur Weihnachtszeit erhalten haben. Der ist absolut legendär. Ich feiere den und freue mich jetzt schon riesig auf diesen Granatenwerfer. Snowman ist eventuell einer der ersten Weihnachts-Skins, was mir halt jetzt mal so auffällt, dass wir hier ja quasi eigentlich nur Designs in den Spieldateien haben. Also so kann ich es mir wirklich vorstellen. Also könnte es einer der ersten Weihnachts-Skins sein. Es kann natürlich aber auch eben sein, dass einfach nur wieder ganz viele Schneemänner auf der Map verteilt sein werden, wo wir uns quasi dann auch reinhocken können, uns vercampen können. So wie auch letztes Jahr. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Ideen zu diesen Spieldateien habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall offen für, deshalb bin ich mega gespannt auf eure Kommentare. Falls es nicht einer der ersten Weihnachts-Skins sein sollte, ist es gar nicht mal so schlimm, denn ich habe heute auch schon zwei Weihnachts-Skins am Start, die auf jeden Fall in der nächsten Zeit in den Fortnite-Shop kommen werden. Der allererste Skin heißt Globeshaker. Dieser ist episch, kostet also 1500 V-Box und sieht in meinen Augen richtig cool aus. Also dieser Kopf einfach richtig cool mit dem Tannenbaum da drin und dieser Glaskugel. Sieht einfach richtig nice aus. Ich finde, der ist auf jeden Fall seine 1500 V-Bucks wert und ich werde mir den, denke ich, auf jeden Fall auch holen. Der zweite Weihnachts-Skin, der in den Spieldateien gefunden wurde, ist Bundles. So heißt er tatsächlich. Also komischer Name. Wir kennen ja die Bundles, die man kaufen kann. Aber so heißt jetzt eben dieser kuschelige Skin. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr kuschelig aus. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Kuschelbeauftragten, die wir ja auch schon jetzt in mehreren Varianten haben. Ich finde es immer blöd, wenn Fortnite so mehrere Varianten rausbringt und die einzelnen verkauft. Ich finde, die kann man auch einfach dann zum anderen Skin hinzufügen. Aber gut, lassen wir einfach mal so stehen. Dieser Skin kostet 1200 V-Box, ist, denke ich, auch akzeptabel. Kann man auf jeden Fall machen. Das sind soweit die ersten Leaks zur Fortnite-Weihnachtszeit. Und mit den nächsten Updates, die natürlich kommen werden, werden natürlich auch wieder neue Leaks in den Spieldateien auftauchen. Und diese werde ich dann natürlich hier auf diesem Kanal zeigen. Also, wenn du jetzt noch nicht abonniert hast, die Glocke aktiviert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Dann verpasst du wirklich nichts mehr über Fortnite und hast immer die neuesten Informationen am Start. Nun haben wir über die Weihnachtszeit von Fortnite geredet, aber noch nicht so viel über die Fortnite Season 2. Außer am Anfang darüber, dass es eben noch dauert, bis wir die Fortnite Season 2 erhalten werden. Deshalb geht es jetzt nochmal ganz kurz um die Fortnite Season 2 Map. Denn in Fortnite Kapitel 2 Season 1 hat sich die Fortnite Map ja kaum geändert. Außer an Halloween bekamen wir ja eben diese Zombie-Insel in der Mitte, wo wir ja auch diesen ganz großen King da bekämpfen konnten. Aber ansonsten gab es halt wirklich keine großartigen Veränderungen in der Fortnite Season 1 auf der Map. Daher denke ich halt eben, dass die großen Map-Veränderungen erst in der Season 2 dann kommen werden. Hoffe ich auf jeden Fall. Denn so ein paar Map-Veränderungen würden uns, denke ich mal, ganz gut tun. Oder vielleicht nochmal eine komplett neue Map, dass wir quasi entscheiden können zwischen der einen und der zweiten Map. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man halt einfach, ja quasi so wechseln kann im Menü. Das wäre doch richtig cool, oder nicht? Was genau sich denn aber auf der Map verändern wird, ist derzeit natürlich noch nicht klar. Denn die Fortnite Season 2 ist noch eine ganze Weile hin. Und bis dahin werden dann natürlich, wie gesagt, noch weitere Spieldateien mit den Updates auftauchen. Und sobald es da irgendwelche Map-Informationen gibt oder so, werde ich die hier auf diesem Kanal mit euch teilen. Wir werden mit der Fortnite Season 2 natürlich auch noch einen neuen Trailer erhalten. Einen neuen Battle Pass, da freue ich mich irgendwie auch mega drauf. So ein neuer Battle Pass, da ist wirklich immer so die meiste Erwartung eigentlich. Deshalb bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich drauf. Aber wie gesagt, müssen wir uns jetzt noch zwei Monate knapp gedulden bis zur neuen Fortnite Season. Anfang Februar ist es dann soweit. Wenn euch dieses Video jetzt an der Stelle gefallen hat, dann lasst mir jetzt auf jeden Fall unbedingt einen Like da. Ihr macht damit auch beim Gewinnspiel mit. Einfach jetzt ein Like da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren. Rechts neben dem roten Abonnier-Button die Glocke aktivieren und Hashtag Season 2 in die Kommentare schreiben. Falls du Bock hast, kannst du auch gerne meinen Creator-Code für den Gewinnspiel-Support in deinen Fortnite-Shop eintragen. Einfach bei Reapers-YT in deinen Fortnite-Shop eintragen. Dann unterstützt du mich mit jedem Kauf. Und nun würde ich sagen, meine Freunde, wünsche ich euch viel Glück beim Gewinnspiel. Ich freue mich auf die Fortnite-Weihnachtszeit. Und nun sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer bei Reapers, GBO. Ciao, ciao. Euer bei Reapers, GBO. Euer bei Reapers, GBO.